Die Karl-Schwegler-AG ist eine dynamische Druckerei mit Sitz an der Hagenholz-Strasse in Zürich-Aerlikon. 1964 gegründet, beschäftigt die Firma heute 60 Mitarbeiter. Unsere XXL-Formate erlauben es uns, 64 A4-Seiten auf einen Bogen zu drucken. Dem Automatisierungsgrad wird in jeder Phase unserer Vorstufe höchste Beachtung geschenkt. An unseren hochmodernen Arbeitsplätzen werden Text und Bild auf digitaler Basis zusammengeführt. Wir produzieren auch Lose für Promotionsspiele oder Lotterien. Das ist unsere voll digital belichtete Druckplatte. Unsere Vorstufe ist stets auf dem neuesten Stand der Technik. Bei uns stehen die neuesten 5- und 6-Farben-Druckmaschinen mit Dispersionslackwerken im Einsatz. Kontrollmechanismen und der vollumfängliche digitale Workflow sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Qualität und Effizienz zeichnet die Karl-Schwegler-AG aus. Unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource bei der Erfüllung ihrer Wünsche. Die Kombination von Bedrucksstoffstärke, Format und Anzahl Farben hält für Sie eine beinahe unbegrenzte Vielzahl an Möglichkeiten offen. Wir investieren viel Zeit in die Kontrolle und laufende Verbesserung der einzelnen Arbeitsschritte. Die gedruckten Bogen können wir auf verschiedenste Arten ausrüsten und konfektionieren. Logistische Dienstleistungen runden unser Gesamtangebot ab. Für unsere Qualität sprechen auch die verschiedenen Zertifikate. ISO 9001 und 14001, EKS und FSC-COC. Auf uns ist Verlass. Wir liefern die gewünschte Ware in der geforderten Qualität zum korrekten Zeitpunkt an den richtigen Ort. Für Ihre Prospekte, Imagebroschüren, Bücher, Kataloge und Point-of-Sale-Materialien sind wir der richtige Partner. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag. Profitieren auch Sie von unseren Stärken. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.